Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe es zwar schon angeboxt, aber ihr sagt euch fehlt Unboxing, deswegen kommt noch mal Fire TV Cube. Zusätzlich, ach da mache ich einen extra angeboxt, hier für die Fernbedienung und wir wollen den Fire TV Cube heute auch anschließen und die ersten Einstellungen machen und Tipps und Tricks weg da und gleich noch mit ein bisschen verraten und so. Weil es ist ja ein bisschen anders beim Einstellen, wenn man zusätzliche Sachen machen will als beim Fire TV Stick oder so. Und hier kann man ja auch andere Geräte steuern, das werde ich euch auch gleich alles erklären im Hardware Video. Den habe ich mir jetzt beim Prime Day geholt, als Austauschmodell für das Wohnzimmer und im Wohnzimmer, also der Fire TV Cube vom Wohnzimmer, was auch das deutsche Modell ist. Also Version 2 kommt dann ins Schlafzimmer, Fire TV Cube, Schlafzimmer, was Version 1 US-Modell ist, kommt dann ins Kinderzimmer. Da wird auch demnächst noch Videos geben mit dem Kinderprofil und so was alles. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie war das Ding hier auf. Ah, hier unten war es, genau. So, dann haben wir dann einmal den Fire TV Cube mit drin, dann haben wir hier eine Schachtel mit drin, da ist dann hier für LAN und einen weiteren USB-Adapter, also so ein OTG-Adapter, den habe ich ja. Könnte man dann auch eine Festplatte dran machen oder so. Ich habe den aber jetzt nur so momentan in Benutzung. Dann haben wir hier den Stromkabel, auch nichts Spektakuläres. Und hier den IR-Sensor. Erkläre ich euch auch gleich. Und ja, hier unten sind ein paar Anleitungen drin, die brauchen wir eigentlich nicht. Die sind eigentlich überflüssig. Dann haben wir noch die Fernbedienung und die Batterien. Die guten. Können wir das schon mal wieder wegpacken. Dann machen wir die Fernbedienung gleich nochmal. Die Batterien rein. Hier hinten ist auch super erklärt, wie die Fernbedienung aufgeht. Bei meinem jetzigen Wohnzimmer geht das halt ziemlich leicht auf. Deswegen halt auch die neue Fernbedienung und wegen den Tasten. Weil angeblich soll man die ja belegen können. Ich bin mal sehr gespannt. Und die Batterien, die er mit dazu kriegt, das sind diese Amazon Basic Batterien, die weißen. Die halten auch ewig. Also da kann ich echt sagen, äh, ewig. Och Gott. So. Gut. Die Folie hier gleich nochmal abmachen. So. Brauchen wir nämlich auch nicht. Ich erkläre euch aber gleich die Kabelei auch. Wir packen nur noch den Schub hier aus, der Folie aus. Ah, hier unten. Und dann haben wir hier auch noch eine Folie drum. Die können wir auch abmachen. Da versteckt sich auch dann. Der Bauplan hinten da und die Erklärung, wo man den dann hinstellen soll. Oben auf dem Lowboard oder unten rein. Da werde ich dann im Hardware-Video auch noch mal ein paar Tipps und Tricks für euch geben. Ähm, und so was meine Erfahrung ist, weil das ist manchmal ganz kurios, wie er stehen muss. So, und dann haben wir dann halt hier den Cube. Leider immer noch nur mit 16 Gigabyte Speicher. Komplett schwarz. Hier die Anschlüsse halt. Da kommen wir gleich zu. Vorne haben wir das Bedienfeld. Laut und leise. Also oben laut, unten leise. Äh, hier ist der Mute-Knopf. Und hier ist der Aufnahmeknopf, wenn wir Alexa einfach mal so auslösen wollen. Ja, Mute, Aufnahme, laut, leise. Hier ist die Lichtbar, die zeigt, ob Alexa an ist oder ob sie was macht. Unten haben wir dann nochmal Luft. Für den Lautsprecher und so. Und hinten haben wir dann halt die Anschlüsse. Da haben wir dann ganz rechts haben wir hier Strom. Dann haben wir hier den HDMI-Anschluss. Dann haben wir hier einen Klink-Anschluss. Der ist für den ER-Sensor. Und dann haben wir noch hinten, äh, ganz rechts einen USB-Anschluss. Der, da könnte man jetzt einen rein OTG-Anschluss machen. Äh, OTG heißt praktisch, das ist genau das gleiche wie hier. Mit einem Y-Kabel, ähm, wo man dann halt immer noch den betreiben könnte, und eine USB-Karte oder so. Aber ich habe das eigentlich so jetzt hier gemacht bei mir. Ich habe den jetzt hier dran, ähm, so. Und habe halt per LAN-Kabel dran und per WLAN. Das heißt, äh, wenn ich abends hier alles ausmache, weil mein WLAN kommt über die DeVolo Gigagate zum Fire TV, aber ich möchte ja frühs auch mit dem alles anschalten hier im Wohnzimmer. Also braucht er auch Dauerstrom und der muss halt am Dauerstrom sein, damit er auch angeht, frühs, wenn ich was will von ihm. Und er muss, ähm, ich sag schon, äh, WLAN haben, dass ich ihm dann sagen kann, A-Punkt, äh, Licht an, Fernseh an, Fire TV an und sowas alles. Und deswegen ist er am WLAN dran und am LAN. Und sobald ich dann halt zum Beispiel sage, A-Punkt, äh, Fire TV an, dann geht die, äh, äh, ja, irgendein Fire TV ist gerade angegangen oder ein Echo, ähm, dann sagt er, okay, macht er und so. Und dann geht halt die Gigagate an und sobald die Gigagate an ist, kommt dann natürlich Strom über WLAN, äh, über LAN und dann wird WLAN automatisch deaktiviert. Ein kleiner Tipp noch für WLAN ist, für euch, äh, schaltet diese, äh, Frequenzen ab. Und die meisten Router haben halt, dass 5 Gigahertz und 2,4 Gigahertz einmal angezeigt wird. Fritzbox, äh, 7590 steht dann nur da. Und da ist ein Signal und da sind beide Signale drin. Bei dem habe ich es jetzt noch nicht getestet. Bei den älteren Fire TV-Räten und bei Smart Home-Produkten kann es dazu Probleme geben, also wenn er LED-Leiste macht oder so. Deswegen koppelt die Beiden, geht in die Fritzbox, also bei den anderen Routern weiß ich es nicht, geht in die Fritzbox unter Einstellung WLAN und dann sagt er, Signal entkoppeln oder trennen und dann sagt er, nennt er das einfach Fritzbox 7590 2,5 Gigahertz und Fritzbox 7590 5 Gigahertz. Dann seht ihr das in eurer Übersicht, ihr trennt und könnt den halt dann mit dem nur 5 Gigahertz, nur mit dem 2,4 Gigahertz verbinden. Ähm, da gibt es auf jeden Fall weniger Probleme, als wenn das eine Quelle ist. Und auch mit Smart Home ist das einfacher. So. Dann haben wir ein Stromkabel, den werde ich jetzt nicht benutzen, weil ich werde den nutzen, der schon da ist. Ich werde den dann für das Schlafzimmer nehmen. Ähm, auch die, den IR-Sensor, den werde ich jetzt nicht benutzen. Auch den werde ich im Schlafzimmer nutzen, weil der ist hier schon gut verlegt. Und wofür ist der IR-Sensor? Der IR-Sensor ist, wenn, ihr müsst im Fernsehen, HDMI-CEC anmachen. Das heißt nicht immer CEC. Das heißt auch, bei Samsung heißt es Antenna Plus. Jetzt, das neuesten steht dann auch im Klammern, hinten dran eine CEC oder HDMI-CEC oder CEC-Plus oder sowas steht denn da. Das muss an sein. In allen Geräten, also im Fire-TV ist es sowieso an. Ähm, im Fernsehen muss es an sein. In der Playstation muss es an sein. Äh, Xbox, überall muss es an sein. Damit ihr mit dem Cube die dementsprechenden IR-Reto steuern könnt. Beziehungsweise das HDMI wechseln könnt. Damit dann, äh, über diese Antenna Plus, CEC, werden Daten übermittelt. Das muss an sein, das ist wichtig. Manche Fernseher werden vom Fire-TV aber nicht unterstützt. Oder Blu-ray-Player oder was weiß ich, wird nicht unterstützt. Skybox wird zum Beispiel unterstützt, aber manche werden halt nicht unterstützt. Und dafür haben wir dann halt so einen kleinen, neckischen IR-Sensor mit bei. Den können wir dann, wenn wir den verbaut haben, dann holt der sich den über das IR-Signal. Dann lernt der die Fernbedienung an. Das habe ich zum Beispiel im Schlafzimmer. Bei meinem Grundlicht-Fernseher. Da musste ich dann die Fernbedienung an lernen. Habe gesagt, nee, ist nicht mit bei der Fernseher. Und dann hat, da konnte man sagen, Fernbedienung an lernen. Dann muss man dann halt auf den Fernseher zeigen und dann die dementsprechende Taste drücken. Das wird alles am Anfang erklärt. Werdet ihr da gleich sehen. Und dann könnte er sagen, ja, hat was gemacht, hat nichts gemacht. Ein Problem bei mir beim Grundlicht im Schlafzimmer ist zum Beispiel, laut-leise funktioniert, an-aus-funktioniert, lautstärke, also stumm schalten funktioniert, stumm ausschalten funktioniert nicht. Also macht er halt nicht, wenn er das machen soll. Habe ich dann weggelassen. Habe ich ein paar Mal versucht, halt weggelassen. Habe ich gesagt, ja, ist stumm schalten. Und dann irgendwann hat er das auch gemacht, aber beim Einrichten hat er mit dem stumm ausschalten nicht funktioniert. Also einfach dann bei so einem Punkt einfach überspringen, an-aus-laut-leise reicht ja aus. So, dafür ist das halt da, damit ihr dann so eine Geräte anlernen könnt. So, dann würde ich sagen, wartet jetzt für den Fire TV Cube, den werden wir gleich noch anschließen. Wir werden auch die neue Fernbedienung dann noch mit benutzen. Da werden wir gleich ein Unboxing machen, zeigen, was da drin ist und so. Batterien reinmachen, Batterien sind glaube ich auch mit bei. Ich musste dies schon aufmachen, weil es jetzt sehr zerknüllt war und im Briefkasten erzähle ich euch gleich im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020